Hallo, hier ist das zukünftige Ich und wir dürfen uns jetzt hier mit Imps rumschlagen, äh, mit Pickies was übrigens ein dankbarer Job ist da komm, brauchst du? Alter, hier ist es noch? Ach so Und ich hab... Wow Wow Jetzt darf ich überall drauf aufpassen, dass er mich nicht da sitzt Das geht doch gar nicht Ich meine, er ist schon stark, keine Frage, aber er ist für mich trotzdem ein klarer Nachteil weil ich mich jetzt selber umführungslieferfrei bewegen kann Ich muss jetzt mal ein Spiel starten Scheiße, Alter, ist das kacke Komm, es wohnt doch endlich So, und jetzt Monsters Äh, warum willst du das immer mit S schreiben? Gut, Marine Plasma Gun Genau, dieser Schwucht muss weg Kill Marine Plasma Gun Dankeschön Würde doch mal Zeit holen sollen Und dafür erschaffen wir uns Einen etwas normalen Shane Gun Achso, Marine Marina Shane Gun Das ist ein normaler, der kann auch bleiben Alter Das hat ja gerade Eier Eier Eer Eier Ernsthaft, meine Äh Sentry Gun kaputt gemacht Ich glaube es nicht Das war's. Das kann ich gleich gebrauchen, diese kühle Perle. Und zwar genau jetzt! Wow, also jetzt ist ja schon wieder nichts. Wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? Ich gehe gleich noch nicht hinlaufen. Leute, bitte abtabam! Ich bin nicht mehr in der Nähe. Wo denn jetzt? Hallo? So, komm her. So, das hätten wir schon mal. Wo spotten wir denn? Ihr seid ja so ultra-dumpf. So, hier ist einfach nicht drin. Gut, das war schon mal nicht schlecht, jetzt gibt es das zweite Teil. Was hält man da raus? Das ist ein Rang, ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ich habe die zweite Waffe bekommen. Nee, die nicht, die andere, die hier. Ja. Jetzt habe ich Plasma Power. Ach Gott. Ey, woher kommt die denn her? So, erstmal die Waffe auswählen. Dann werden wir nochmal Waffencheck machen hier. Okay, sieht alles gut aus. Gut, na dann. Äh, nein, da fahre ich. Und jetzt... Ach man, nur so eine krankhafte Waffe. Oh ja, ein Wicken. Oh, komm. Oh, komm. Oh, hier muss ich speichern wegen Vire Hau den da hinten noch nicht, vielleicht hat der das noch nicht getan Oder, hast du was getan? Ach doch Oh schade So, das ist nicht weiter, das ist nicht weiter, da hinten Soll es nur ein wenig weiter gehen, da sage ich wie? Ich folge einfach mal meinem Instinkt Und mein Instinkt heißt Automate Schöne Waffe, Achtung Hä? Was muss ich denn jetzt machen als nächstes? Ich bin grad ein bisschen verwirrt, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss Ach Gott, was muss ich denn jetzt machen? So, los Also, ich muss hier raus Ja, geht ja eigentlich, ich hab ja keinen blauen Schlüssel Ich brauch jetzt nur den blauen Schlüssel Also, okay, das geht nicht, da komm ich nicht rein, wo ich seit dem Geld Hütteln wiederum brauche Kurz gesagt, dann muss ich mal das alles kennenlernen Ich dachte, die gesamte wird nochmal ablaufen Komm, weg, weg, weg Weg Nanananana, nein Ich bin falsch Nein, ich bin auch falsch Ach Gott Hat so viel Schlüsseln übersehen, oder was? Hat so viel Schlüsseln übersehen, oder was? Ach Gott Na los Ach da 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 heute war das auch geklärt Ach komm Ach da Ach da Ich brauch nach kurz ein bisschen Kaffee Mein Hals ist trocken Ach Ich brauch erstmal kurz ein bisschen Kaffee Ach Danke. So, das hätten wir schon mal. Hier ging es doch gerade noch so an, nach da. Wow! Nur mal her! Ach so, da vorne! Ich bin ja voll gefressen. So, jetzt muss ich aber was vergönt. Oh, halt! Da vorne, da vorne, da vorne... Doch, ist sie gut. Gut auch nicht. Also sie gut, ja, aber ich komme mir nicht dran. Ist mal gut. Lassen wir es erstmal so. So, das muss ich da hin, genau. Und jetzt muss ich zur gelben... Ach, ich habe es. Ja, genau. So. Aha, das wird ja auch irgendwo voll hin. Und man. Nein, das wird auch wieder umgebracht. Ach, genau, das meinte ich. Egal. Besser, ich bringe ihn um als er mich. Oh, Alter. Okay. Ich bin los. Nichts hätte. Aber, wo ist er? Ach, Leute. Wo ist er gerade drauf gehangen? Hier ist doch gar nichts, wo ich drauf hänge. Äh, ist das behindert. Ach, komm. Jetzt bin ich geprimiert. Eine Scheiße. Eine verflügtverfügte Scheiße. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe nur noch 100% Leben. Und so stelle ich in die vorletzte oder letzte Map. Das macht... Ach, nee, das ist die letzte Map. Ah, gut. Ah, ist das behindert. Ist der was behindert. So, das wird dann wahrscheinlich auch die letzte Map für heute. Bis dann. Schau.